Ja, ich glaube, das ist natürlich wichtig, dass er gewisse Ruhe spürt, dass er sich wohlfühlt, dass er gut trainiert, aber es ist natürlich schwierig für ihn, mit dieser Sache umgehen zu können, weil er nie weiss und wir wissen auch nicht, er spielt jetzt morgen oder spielt er nicht oder es gab dann schon in der letzten Zeit immer mal wieder ein paar Aufregungen. Aber ich glaube, schlussendlich ist es eben wichtig, da ruhig zu bleiben und das richtig aufzuklären und dann zu wissen, okay, er kann spielen und bis jetzt kommt er im Spiel. Ich glaube, das ist alles gut, dass er in diesem Zeitpunkt immer wieder ein paar Aufregungen ist, dass er eine große Herausforderung 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 ist. Es war.